Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder Favoritenzeit, das heißt ich zeige euch meine Favoriten in dem Monat April. Und ich würde sagen, wir beginnen sofort. Ich habe das jetzt ja wieder geplant wie beim letzten Mal. Wenn ihr meinen Favoriten-Video März noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das mal hier. Da könnt ihr da mal dann vorbeigucken. Und zwar werde ich jetzt jeden Monat einen Look schminken, weil ich meistens mehrere Looks dann in einem Monat schminke. Wenn sie mir gefallen. Und die schminke ich mit euch dann zusammen und zeige euch dann gleichzeitig noch die Produkte. Ja und es sind aber auch noch andere kosmetische Produkte drin. Ich nehme dann nur die in dem Look mit rein, die ich wirklich am häufigsten verwendet habe. Gut, fangen wir einfach mal an. Als erstes möchte ich mal wieder nennen meine Essence, ja diese Base, My Base. Einmal die E-Dominating Base und die Skin Perfection Base. Die mische ich jetzt wieder. Dann habe ich nämlich super guten Halt fürs Make-up und gleichzeitig noch so einen Glow mit drin. Dann mache ich es jetzt immer so, dass ich unter dem Make-up einen Concealer verwende. Auf die Stellen, die eben gerötet sind, wo Pickel vorhanden sind und so weiter. Dann nehme ich immer von Catrice die Camouflage. Ja, ich nehme dann, wie ihr sehen könnt, nehme ich dann immer meinen Beauty-Blender und trage das dann, wie gesagt, so ein bisschen großflächig auf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade, dass das Ganze eben einfach abgedeckt ist. Revali Lube Natural Lift Make-up ist wieder dabei, weil es eben sehr hell ist und einfach mir von dem Ganzen sehr gut gefällt. Es hat mir nur, was heißt zu wenig Deckkraft, aber ich mische da gerne noch eine andere Foundation mit rein. Und es war diesen Monat die Essence Day All Day Long Lasting des Make-up in der Farbe 20 Soft Nude. Und die zwei mischte ich dann immer und trage sie dann mit meinem anderen Favoriten auf, und zwar den Expert Face Brush von Real Techniques. Und der kostet so um die 13, 14 Euro, aber das ist halt definitiv wert. Also ich liebe ihn, für Foundation ist der wirklich super klasse. Bronzer benutze ich diesen Monat, den von ELF aus dem Contouring Blush & Bronzing Powder. Schade, dass es den nicht einzeln gibt bei ELF, weil den Blush benutze ich nicht so häufig. Der hat ja nur 4,49 Euro, deswegen würde ich das definitiv auch nur für den Bronzer ausgeben. Und als Blush habe ich von Alverde Pastel Rosé verwendet. Und ich stehe einfach total auf den Ton. Also ich weiß auch nicht, es ist so ein rosa, aber ein sehr besonderes Rosa, also eher ein kühleres Rosa. Und ja, ich weiß nicht, die Farbe gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich ihn diesen Monat eigentlich am meisten getragen. Und ich finde eigentlich auch, dass der auch zu dem dunkelroten Lippenstift sehr gut passt. Und dann habe ich mal wieder von MAC meine Color Bases, Cream Color Bases rausgeholt. Die benutze ich halt immer in Kombi. Das heißt, als erstes benutze ich immer die Farbe Pearl. Das sind übrigens, wie viele Gramm sind da drin? 3,2 Gramm. Und es kostet um die 20 Euro. Sehr, sehr viel. Aber ihr braucht auch wirklich wenig. Und da nehme ich auch wieder meinen Beautyblender zu. Und Pearl benutze ich dann immer so in der T-Zone. Ich habe eine sehr, sehr trockene Haut. Deswegen sieht meine Haut immer sehr fahl und matt aus. Deswegen liebe ich es eigentlich fast im gesamten Gesicht, Highlighter aufzutragen. Das ist natürlich wieder Geschmackssache. Ich mag es total gerne. Natürlich manche, die fettige Haut haben, finden das ganz schrecklich. Ist ja auch klar. Aber für meinen Teil, für trockene Haut, finde ich es sehr, sehr schön, wenn man doch im ganzen Gesicht so ein Highlight eben setzt. Und dadurch immer in der T-Zone Pearl auftragen. Das ist eben so ein Champagner-Ton. Und dann so auf den Wangen bis zu den Schläfen hoch benutze ich dann immer die Farbe Hush. Das ist dann nämlich immer so ein Rosé-Ton. Und der passt eigentlich dann fast zu jedem Blush. Also eigentlich zu jedem Blush passt der. Deswegen trage ich den immer so hier dann eben auf. Und ich finde die wirklich toll. Und ich mag die wirklich gerne. Die setzen sich nicht ab. Die lassen sich super schön verteilen und machen eben ein sehr, sehr schönes Highlight. Also nichts übertrieben. Sehr natürlich und gefällt mir richtig, richtig gut. Und wenn die leer sein sollten irgendwann, was natürlich wahrscheinlich noch ewig dauert, würde ich mir die auch definitiv für 20 Euro wieder nachkaufen. Dann habe ich noch einen Concealer. Ich trage dann, obwohl ich unter dem Make-Up-Concealer aufgetragen habe, nochmal über die Foundation einen Concealer. Das ist zurzeit der P2 24 Hours Perfect Concealer in der Farbe 020. Der ist trotzdem noch sehr hell. Also auch für die 020. Ja. Ist ein ganz guter Concealer. Also hilft bei meinen Augenringen trotzdem nicht. Also man sieht sie trotzdem noch ein bisschen durch. Aber er ist nicht so trocken einfach. Also er setzt sich nicht so in die Fältchen ab. Und das machen sehr, sehr viele Concealer bei mir. Deswegen benutze ich den sehr gerne, weil das schon richtig hässlich aussieht, wenn sie sich immer in diese Fältchen verkriechen. Aber bei trockener Haut ist es eben noch schwieriger, weil da unter den Augen die Haut natürlich auch sehr trocken ist. Und benutzen tue ich da immer diesen abgeschrägten Pinsel von Ebelin, den es ja jetzt im neuen Sortiment gibt. Den benutze ich dann immer, um das einfach so zu verteilen. Da habe ich, weil ich sehr häufig rote Lippen getragen habe, habe ich da natürlich die Augen so ein bisschen zurückgenommen und nicht so viel mit denen gemacht. Da habe ich dann zu Anfang als erstes mal von P2 24 Hours Perfect Eyeshadow Cream. Die sind ja jetzt im neuen Sortiment. Da habe ich die Farbe 010 Love Me einfach aufs gesamte Lid einfach aufgetragen und verblendet. Da brauche ich dann auch keine Eyeshadow Base mehr, weil die wirklich sehr, sehr gut halten. Genauso wie bei den von Catrice, bei Lord of the Blinks oder so. Da brauche ich auch keine Eyeshadow Base mehr drunter. Und dann nehme ich immer von der Naked 2 Palette die Farbe Beauty Call aufs gesamte Lid. Also trage ich einfach aufs gesamte Lid auf. Und dann in der Lidfall, äh, Lidfall, heute habe ich einen Sprachfeder wieder. In der Lidfall ist die Farbe Tease. Das ist so eine sehr schöne Schattierfarbe, die nicht zu dunkel ist einfach. Die trage ich dann in der Lidfalte auf und verblende das Ganze nochmal. Und dann ist das Augenmake-up so gut wie fertig. Dann benutze ich nämlich nur noch einen Lidstrich mit dem Essence Eyelove Style Liquid Eyeliner. Der Farz ist halt sehr flüssig, da muss man am Anfang ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr den in der Krabbelkiste seht, nehmt den auf jeden Fall mit. Der ist wirklich sehr gut. Und ich trage den wirklich gerne, weil er eben sehr schön schwarz ist. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man den auch super gut und schnell auftragen. Und auf der Wasserlinie, wie immer, von Basic, äh, ein beiger Kajal, also allgemein ein beiger Kajal, ähm, trage ich ja eigentlich immer auf der Wasserlinie. Mach die Augen nochmal ein Stückchen größer. Ähm, noch von Essence, äh, die Eyelove Extreme Crazy Volume Mascara. Äh, ja auch wieder jeden Monat ein Favorit von mir. Ich benutze kaum noch eine andere Mascara, weil ich die einfach ganz, ganz toll finde. Ich weiß auch nicht. Also die gefällt mir einfach so gut, ähm, dass ich einfach keine anderen Mascaras mehr benutze. Das war's jetzt, ähm, mit dem Look. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit noch drei kosmetischen Produkten. Und dann kommen wir zu anderen Haarprodukten und Körperpflegeprodukten und so weiter. Da hab ich zu einem, wenn ich diesen Alverde Blush nicht getragen habe, hab ich, ähm, von Mimimi Blush Me die Farbe Pink benutzt. Das ist so ein helles Rosa. Und zwar lag das daran, ähm, dass ich dann ja den roten Lippenstift nicht getragen hatte, sondern zwei andere, ähm, Lippenstifte. Und da fand ich, äh, ja, hat der einfach besser gepasst. Und ich finde ihn halt sehr schön, weil er nochmal so eine richtige, ähm, frische, ähm, ins Gesicht zaubert. Und zwar hab ich da noch einen, ähm, Lippenstift oder Lippentint oder Lipgloss, wie man's auch nennen möchte, als Favorit und zwar von Yves Saint Laurent, die Rouge, Pur Couture, wer, keine Ahnung, ich kenne kein Französisch, auf jeden Fall diese Lippen, äh, Lacke oder Lip Tints oder wie man sie auch nennen möchte, ähm, in der Farbe 15. Da steht jetzt natürlich die richtige Farbbezeichnung nicht drauf, ähm, aber die ist die Nummer 15. Und, so, und das ist, wie gesagt, so ein, ähm, am Anfang wie so ein Lipgloss. Und dann, ähm, wird es so matt, also das heißt, es wird dann, es trocknet dann, genau, es trocknet dann und wird dann, ähm, ja, so langanhalten eben. Und zwar, äh, bleibt der, was an denen, ich kann heute echt nicht sprechen, was an denen sehr besonders ist, ist, dass die dann aber noch glossy bleiben. Also, wenn die antrocknen, werden die dann nicht matt oder so, sondern es sieht dann aus, als hättet ihr einen Lipgloss drauf, aber der hält eben sehr lange. Und ich trage dann immer zwei Schichten auf, also eine Schicht und dann lasse ich das trocknen und trage dann noch eine Schicht auf. Und dann hält es bei mir so, ähm, fünf Stunden ungefähr mit Essen und Trinken. Und es ist eben eine sehr, sehr schöne Farbe und dieses, dieser glossige Effekt bleibt eben sehr lange auf den Lippen. Und das gefällt mir eben sehr gut, ähm, dafür haben sie natürlich auch ihren Preis von 30 Euro. Ähm, ich will ihn weiterhin noch testen und werde dann auf jeden Fall definitiv ein Video drüber machen, wo ich dann euch wirklich zeige, nach wie vielen Stunden der Lippenstift dann so und so aussieht. Ähm, aber der hat mir diesen Monat auch sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, gerade mit dem, ähm, Blush war das dann so eine mega Frische im Gesicht. Also, gerade an den Sommertagen, also wenn es jetzt, also in diesem Monat, wo es sehr warm war, habe ich das immer getragen, weil, ähm, ich finde, der roten Lippenstift, ähm, kann man zwar auch im Sommer tragen, aber der hat eben noch so einen Pflaumeanteil mit drin und deswegen... Habe ich den Lippenstift jetzt überhaupt schon genannt? Nee, habe ich gar nicht. Und zwar ist es der Lippenstift von, ähm, Sleek aus der True Color Reihe und zwar die Farbe Cranberry. Und der ist eben matt und das ist eben so ein Pflaumeton, also ein dunkles Rot mit einem Pflaumeanteil drin. Und den habe ich wirklich, wirklich häufig diesen Monat getragen. Den fand ich so, so wunderschön. Und da der matt ist, hält er eben auch sehr lange. Und deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Der trocknet die Lippen nicht aus und er hält wirklich, ähm, sehr gut auf den Lippen. Und die Farbe finde ich einfach nur wundervunderschön. Genau. Und deswegen, also der passt eher, finde ich, zu den, ähm, regnerischen Tagen oder den dünkleren Tagen. Und wenn da mal wirklich 27 Grad sind draußen, ähm, trage ich halt lieber so einen Pink oder sowas, äh, sowas frisches eben. So, dann habe ich noch einen Lippenstift, ähm, und zwar ist der, ist es die Farbe 110 Timeless Rose. Und es ist von den Indefactable Lippenstiften. Das sind die, wo ihr hier auf der einen Seite den Lippenstift habt. Ich kann euch den ja auch mal swatchen von der Farbe. Und auf der anderen Seite habt ihr dann, ähm, so diesen Lippenbalsam. Weil der trocknet jetzt gleich und dann, ähm, hält er eben oder soll der eben anscheinend, ähm, sehr, sehr lange halten. Also ich glaube 12 Stunden oder 8 Stunden, ähm, ist auf jeden Fall eine wunder, wunder, wunderschöne Farbe. Aber, ähm, hält bei mir nicht so lange auf jeden Fall. Und der trocknet die Lippen halt schon sehr aus. Deswegen ist ja der Balsam noch dabei. Aber trotzdem, trotz alledem, gefällt mir die Farbe so gut, dass ich den einfach in die Favoriten reinnehmen muss. Und es ist jetzt nicht so, dass, ähm, es wirklich super schrecklich aussieht. Eure Lippen werden halt nur so leicht ausgetrocknet von dem Lippenstift. Aber wenn ihr eure Lippen ja schön pflegt, dann, ähm, geht es auf jeden Fall wunderbar. Und der hat eben auch noch so goldene Glitzerpartikel hier mit drin, die man auch nicht auf den Lippen spürt. Und ich finde einfach nur, dass es eine wunderschöne Farbe ist. Genau. Dann kommen wir jetzt doch mal zu den ganzen, ähm, Pflegeparfums und so. Und ich würde sagen, ich fange auch mit dem Parfum an. Das ist, ähm, ein Parfum vom Kik. Ich bin ja sehr, sehr, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den, ähm, Kikparfums. Die halten zwar nicht so lange und sind ja sehr, sehr günstig, dann ist es natürlich auch wieder klar. Die haben aber, ähm, Dupes, äh, zu, äh, teureren Parfums. Also, ich hatte zum Beispiel eins, das war dann, ähm, von Chill Sander das Chill. Oder hier habe ich jetzt das, ähm, das Dupe zu dem, äh, Hugo Boss Orange. Oder Sunset, ich weiß es gar nicht, ich glaube Orange. Ähm, und die kosten dann nur um die 3 Euro, glaube ich. Und da sind 100 Milliliter drin. Und die riechen halt, ähm, schon sehr nach den Originalen. Nur, dass sie halt einfach nicht so lange halten. Ähm, aber da kann ich eben auftragen und auftragen, wie ich will. Weil ich bin eine, die sehr viel Parfum trägt. Und dann kann ich da, muss ich da nicht unbedingt zu sparen. Und ich liebe den Geruch einfach nur. Also, ihr müsst da unbedingt mal reingucken, müsst mal an dem Wild Woman, ähm, riechen. Es riecht, wie gesagt, sehr nach dem Hugo Boss. Und ich kann da eben so viel auftragen, wie ich möchte. Und muss jetzt nicht traurig sein, wenn da schon so viel raus ist. Ähm, weil so ein Hugo Boss, äh, Parfum kostet ja auch so 50, 60 Euro. Und da ist natürlich 3 Euro auf jeden Fall besser. Dann kommen wir jetzt mal zu Haarsachen. Da habe ich 3 Produkte für euch. Einmal von Garnier Fructis, das, äh, der Spitzen hält. Anti-Spliss Serum war mal in der Pinkbox bei mir drin. Und ich finde den wirklich, wirklich gut. Also, gegen Spliss hilft auf jeden Fall nichts. Also, ihr müsst dann die Haare abschneiden, wenn ihr Spliss habt. Aber es macht meine Spitzen doch schon, ähm, viel geschmeidiger, als wenn ich es nicht benutzen würde. Und die Haare werden wirklich richtig weich. Also, ähm, und die Haare glänzen noch so ein bisschen. Also, es gefällt mir wirklich gut. Ähm, macht zum Beispiel mein Balea-Öl. Riecht sehr gut und macht, ähm, Glanz in die Haare. Aber pflegen tut es jetzt nicht so, äh, 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 jetzt nicht besonders. Aber das hier pflegt auf jeden Fall noch sehr gut und hat auch den typischen Fructis-Geruch eigentlich. Also, sehr, sehr frisch. Und das gefällt mir halt auch, ähm, sehr gut. Und dann habe ich noch von L'Oreal L-Net, das, ähm, dieses Hitzeschutz-Spray. Ich habe es in glatt drei Tage, mache damit aber auch Locken und andere Dinge. Also, ähm, nur weil da jetzt glatt drauf steht, mache ich damit jetzt keine Locken. Also, ne. Also, ich benutze es auch, wenn ich Locken mache. Und es riecht halt sehr, sehr gut. Also, man kann es schon als Haarparfüm bezeichnen. So stark riecht es. Wenn ihr natürlich den Geruch nicht mögt, ist es ein bisschen blöd, weil der Geruch bleibt schon sehr lang in den Haaren. Ähm, aber es macht die Haare noch um einiges glänzender, wenn man es aufträgt. Und, ähm, ich merke einfach den Unterschied, äh, wenn ich es nicht nehme und wenn ich es nehme. Also, deswegen finde ich das ganz gut. Es kostet, glaube ich, um die sechs Euro. Aber ich finde es trotzdem top und werde es mir definitiv auch wieder nachkaufen. Und dann stellvertretend für meine gesamte Reihe von Aussie, ähm, die Miracle Moist Shampoo-Spülung und Drei-Minuten-Kur. Nehme ich auf jeden Fall als Favorit rein. Ich habe einen riesen Unterschied gemerkt, seitdem ich die Produkte benutze. Ähm, meine Haare sehen einfach gesünder aus. Es sind nicht mehr so trocken und, ähm, die Produkte riechen einfach nur wunder, wunderbar. Und ich benutze es ja seit zwei oder drei Wochen erst. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall mal monatelang testen und mal gucken, ähm, wie das so weitergeht. Aber ich merke auf jeden Fall, dass meine Haare gesünder aussehen. Und das ist natürlich die Hauptsache. Ähm, Silikon oder so weiß ich jetzt. Habe ich jetzt keine Ahnung, ob da welche drin sind oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, Silikone sind mir eigentlich wurscht. Ähm, wenn ihr das euch holen wollt, Gibt es übrigens bei DM. Dann guckt einfach mal drauf, ähm, wenn ihr so eine, wenn ihr so welche seid, die auf Silikone achten, dann könnt ihr einfach mal im Internet oder so schauen, ob da welche drin sind. Ähm, genau. Shampoo und Spülung kosten 5,95 Euro. Und die Kure kostet, glaube ich, 9 Euro. Aber das ist mir auf jeden Fall wert, ähm, weil ich doch auf jeden Fall einen Unterschied zwischen anderen Drogerie, Shampoos und Spülungen merke. Aber dazu kommt auch, ähm, nicht heute, nicht morgen und nicht übermorgen, ähm, kommt da auf jeden Fall noch ein Video, wo ich mehrere, also mehr dazu sage und, ähm, die ich so gesagt reviewe. Ähm, solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Dann noch ein, äh, Dio, das ich wirklich total liebe. Das ist von Fah, das Pink Passion. Und ich liebe den Geruch einfach davon. Ich, wenn ich das benutze, dann denke ich immer so auf einmal so, was riecht denn hier so gut? Und dann merke ich, dass ich das bin. Äh, und es, es ist halt wirklich, äh, wieder so ein Dio Spray. Das heißt, es hält nicht so lange, ähm, ich nehme ja immer ein Dio Roll-On und benutze dann diese Sprays immer, äh, im Laufe des Tages. Das kommt natürlich darauf an, wie ich schwitze, wie warm es ist und so weiter, benutze ich das dann immer oben drüber. Und es hat halt so einen leckeren Geruch. Ich liebe den total und, ähm, ich glaube, es kostet um die 1, 2 Euro. Und das ist mir definitiv auch wert. Also, ich finde es ganz, ganz toll. Schnuppert da mal dran. Ist ein wirklich schöner Geruch. Und für den Frühling und Sommer perfekt. Und dann auch noch, was ich auch noch sehr perfekt, äh, finde, äh, ist von Playboy das Play It Sexy Shower Gel. Genau dieses hier. 250 Milliliter sind da drin. Ich glaube, es kostet um die 2,25 Euro oder so. Ähm, wie ihr seht, ich benutze es nur noch. Also, ich liebe es. Ähm, ich habe ja alle diese ganzen, ähm, ja, Diodrans hier. Und die Parfums hatte ich auch schon alle. Das ist jetzt übrigens das Gleiche zu dem Duschgel. Ich werde da aber nicht mehr viel drüber sagen, weil ich da auch eine Review, ähm, abgedreht habe schon. Und die wird auch in den nächsten Tagen hochgeladen. Ähm, also wenn euch die Playboy Duschgele interessieren, wie die sind, wie die auf der Haut halten, dann guckt euch das Video auf jeden Fall an. Ähm, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann, ähm, klickt einfach auf Abonnieren, dann seht ihr, wann ich das Video hochlade. Ähm, genau. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass ich es mag, aber mehr sage ich jetzt auch nicht dazu. Werdet ihr dann in der Review auf jeden Fall sehen. Ja, und das, ja, das war es jetzt eigentlich schon von meinen Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer, ähm, gefallen. Ähm, gebt doch ein Däumchen hoch. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, über die 3000 Abonnenten. Jetzt hätte ich es gerade fast vergessen. Also ich bin echt ausgeflippt. Ähm, ich habe überhaupt nicht erwähnt. Es war alles so ein bisschen kompliziert und spontan. Ähm, was heißt spontan? Spontan war es nicht. Aber wir sind das Wochenende nach Rügen wieder hochgefahren, ähm, zu der Familie von meinem Freund. Und deswegen habe ich, äh, YouTube nicht so verfolgen können, weil wir da oben kein Internet haben. Und habe euch auch gar nicht Bescheid gesagt, dass ich weg bin. Ich dachte mir einfach nur so, ähm, ich habe es halt total vergessen. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich natürlich gleich, äh, losgestürmt an, äh, an meinen PC. Und, äh, wollte unbedingt gucken, wie sieht es jetzt aus auf YouTube. Habe dem wieder fleißig Kommentare geschrieben. Und auf einmal sehe ich halt, dass ich über 3000 Abonnenten habe. Und ich habe mich so gefreut. Ähm, ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, bis ich die 3000 Abonnenten jetzt geschafft habe. Und es ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Und ich freue mich riesig, dass ich jetzt schon wieder mehr als 3000 Abonnenten habe. Ich glaube, 3010 oder 3014 Abonnenten sind es jetzt schon. Und ich freue mich da so riesig, ähm, weil ich mir immer so viel Mühe gebe mit meinen Videos. Und wenn ich dann natürlich, ähm, mehr Abonnenten bekomme, dann freue ich mich da auf jeden Fall total drüber. Und bei 5000 Abonnenten will ich auf jeden Fall eine Verlosung machen. Oder eher einen Contest. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Also, ich würde mich riesig freuen, wenn ich fleißig mich abonnieren würde, dass ich dann den Contest starten kann. Ich überlege mir da schon fleißig was. Weil die Keulchen14 macht ja zur Zeit auch einen Contest. Und ich liebe Contests. Und deswegen würde ich da gerne dann auch einen machen. Ja, das war es jetzt wie gesagt wieder von mir. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und ihr habt mich noch nicht abonniert, könnt ihr da unten einfach auf Abonnenten klicken. Das ist kostenlos. Und dann würde ich sagen, ähm, danke für alles. Äh, ich freue mich riesig. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Und wir sehen uns im nächsten Video. Oh, jetzt habe ich ganz was vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar, äh, habe ich ja noch ein Favorit auf meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Aber ein Favorit von mir sind diesen Monat auf jeden Fall Beanies. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Beanies kennt. Das sind diese Mützen, die hier hinten so ein bisschen rumschlabbern. Und da habe ich, ähm, einige zugeschickt bekommen und teste die gerade. Da wird auch nochmal ein, ähm, Video drüber kommen. Ein externes Video, so gesagt. Ähm, die sind von Skate Deluxe, von der Seite. Die Seite verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Und die teste ich eben gerade und ich liebe Beanies. Ähm, ich werde auch ein Lookbook machen mit Beanies, ähm, also wie man Beanies mit, ähm, Klamotten kombinieren kann. Und das ist auf jeden Fall auch noch ein Favorit von mir im April. Und ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt ist es vorbei. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!